Der Castrovijo-Hase oder Ginsterhase ist eine Säugetierart aus der Familie der Hasen. Er wurde erst 1977 als eigene Art beschrieben. Der Castrovijo-Hase ist ein Ende mit Spaniens und bewohnt dort nur ein kleines Areal im Nordwesten. Die UCN stuft die Art als gefährdet ein. Kennzeichen Der Castrovijo-Hase ist etwas kleiner und leichter als der ähnliche Feldhase. Die Kopfrumpflänge beträgt 490 bis 520 mm, die Schwanzlänge 70 bis 96 mm, die Länge der Hinterfüße 135 bis 145 mm und die Ohrlänge 91 bis 95 mm. Die Tiere wiegen 2,0 minus 3,5 kg. Das Fell ist langhaarig, die Deckhaare sind gebogen. Im Vergleich zum Feldhasen ist das Fell oberseits mehr gelblich-braun und weiße Färbung der Unterseite ist ausgedehnter. Am Kopf verläuft ein heller Streifen vom Auge zur Kehle. Verbreitung und Lebensraum Die Art ist in einem etwa 5000 Quadratkilometer großen Areal im Nordwesten Spaniens endemisch. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich im kantabrischen Gebirge in Ost-Westrichtung über etwa 230 km und in Nord-Südrichtung über 25 bis 40 km. Im Sommer bewohnen Castrovijo-Hasen bevorzugt Heidegebiete in 1300 bis 1900 Metern Höhe, die unter anderem mit Besenheide, Ginster und Wacholder bewachsen sind. Die Art kommt jedoch auch auf Kahlschlägen im Laubwald sowie auf frischen Brandflächen vor. Im Winter suchen die Tiere tiefer gelegene Gebiete bis 1000 Meter Höhe auf, wohl vor allem, um dem Schnee auszuweichen. Insgesamt sind die besiedelbaren Habitate und damit wohl auch die Verbreitung der Art stark fragmentiert. Lebensweise Über die Lebensweise dieser Art ist bisher wenig bekannt. Aktionsraum Siedlungsdichte und Nahrungspräferenzen entsprechen jedoch vermutlich weitgehend jenen des Feldhasen in entsprechenden Habitaten. Über die Fortpflanzung ist bisher nichts bekannt. Bestand und Gefährdung Wegen seines kleinen Verbreitungsgebietes Des vermutlich in zahlreiche Einzelpopulationen zergliederten Vorkommens und der immer noch fortgesetzten Bejagung wird der Castrovijo-Hase von der EU-CN als gefährdet gelistet.